Musik Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge von Unturned In dieser Folge werden wir uns mal den Hafen vornehmen Und vielleicht das Schiff, ich glaube aber wahrscheinlich werden wir das Schiff nicht mehr schaffen Weil es sehr sehr weit weg ist und wir müssen sehr sehr weit schwimmen Und ich vermute mal, da sind auch sehr sehr viele böse Zombies unterwegs Und wir haben auch nicht genug Munition für sowas Es war schon genug, dass wir mal in einer Folge auf einem anderen Kreuzschiff waren Und Kreuzfahrtschiff heißt es ja dann eigentlich Und da hatten wir schon genug Probleme mit der Munition Gucken wir uns erstmal den Hafen an Vielleicht finden wir irgendwas Nices aus China Vielleicht mal ein geiles Visier oder sowas Auch wenn es aus Plastik ist, ist scheißegal Das wäre ganz gut Das wäre sehr gut, das wäre wirklich gut Und dann werden wir das Ding verteidigen Also müsste nur aus jetzt hier irgendwas runtergeworfen werden Und der hat seine TPA, Alter Schreib dem doch Schreib ihm doch Du willst nicht mehr So, ich bin gespannt, was hier mit Defeast ist Hier sind ein paar Zombies Die kriege ich locker gekillt Solange es keine Jumper sind Ja, komm her Komm her Was trinken? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich trinken habe Ich glaube nicht Doch, ich habe noch ein bisschen trinken Ja, ich habe ihn schon gegeben So, was haben wir hier Pick Black Bandana Was tat du? Mama, accept Ich bin doch hier direkt, Alter Ja, ich kann wirklich 5 Meter zu laufen Bis ich das eingetippt habe Das dauert länger, Alter Da ist ein Jumper Äh, so ein Spucker, meine ich Ich habe keinen Mut mehr Boah, hier ist viel, Alter Ist richtig viel Stuff Guck mal, hier ist einfach mal so ein fetter Bogen Ja, ich habe auch hier einen Bogen gefunden Der liegt direkt hier vor meinen Füßen Eine Granate Das soll man alles ein, was geht, Alter Ja, Klamotten direkt zerlegen So Hawker und Ironsides Was ist das denn, Alter? So, wir müssen aber dann erstmal hier da hinten Ich habe keine Mut mehr, verdammte Warte, ich nehme einen Bogen Hä? Verdammt, der hat keinen Platz mehr Was ist das für ein Scheiß? Brick, Birkstick Was ist das für ein Mist? Ich weiß es nicht So, Bogen habe ich jetzt eingepackt Zack Oh Gott Was denn da los? Wer ist das? Ah, er macht, er kümmert sich da rum Na gut Oh, was hat der denn für eine Waffe? Hast du mal paar Was ist das denn hier? Zu Bark of Ironsides Das ist auch irgend so ein Kimm und Korn gedöhnt Shit Was ist denn Kimm und Korn? Was soll das bedeuten? Na, Kimme ist das hinten Das hintere Ding und Ne Doch, hinten ist das Wenn du da ziehst mit der Pistole Oder mit einem normalen Gewehr Das brauche ich, Alter Das ist doch ein Zielfilm, das wollte ich gerade sagen Meine Fresse Aber ich habe jetzt erstmal Einen guten Bogen Damit kann ich auch schon mal Nice Sachen machen Boah, hier hätten wir schon vorher hin Gemuste Richtig fette Sachen, ey Oh, ein Ungesprache Ja, jetzt kann ich gerade nicht schießen Wo ist er denn? Komm her, komm her Komm Glock ihn hier Ich schlachte ihn dann ab Siehste Ich habe den dann noch gesehen Sehr gut Ich glaube, ich habe ein Bett gefunden Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe ein Bett gefunden Echt? Nice Oder was ist das? Hä? Die Fieses beginnen in ein paar Halle In 4 Minutes Guck mal Das ist jetzt nicht mehr hier Von daher alles easy Ich habe so viele Waffen Das kannst du dir gar nicht vorstellen Unfassbar viele Waffen habe ich Ich muss mal ein paar Sachen loswerden So Ich nöpfe mir den Fischer vor Der ist unsichtbar, der Hund Wo? Achso Das ist so gut, Alter Wenn ich das mache, dann sieht man ihn Dann kannst du da eben nochmal draufschlagen Dann war es das mit dem Da ist eine Militärbase Da musst du die Waffen von uns wegschnappen Ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch dahin gelaufen Der Sack Boah, mich Ich glaube, der fightet hier richtig alle erstmal kaputt Das kann man alles zerlegen Das kann man alles zerlegen Nochmal Shorts Ja Ich glaube, der ist hier ziemlich schon gut am Zugang Guck mal, der hat schon tausend Waffen Der klaut uns alles weg, ey Du gibst ihm noch zu trinken Das gibt es ja gar nicht Das war ein epischer Fehl Tabletten habe ich gefunden Nice, das ist gut Oh, okay Ich habe ja einen Generator gefunden Ansonsten habe ich hier nichts Aber die Tabletten könnte ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen Wenn ich sie denn finden würde Jetzt bei mir nochmal Da sind sie doch So, runter damit Ah, jetzt habe ich wieder 80 Das ist gut Das fühlt sich gut an Ist hier nichts mehr, oder was, Alter? Alles geklaut Und Alles leergeräumt Jetzt haben wir da Irgendeine Spritze habe ich gefunden Ich kann nicht hier jetzt gleich den Arsch jagen Ach so, jetzt stehst du, ne? So Doktor Spiele Auf jeden Fall So Ja, und jetzt? Ja, jetzt können wir mal vielleicht nochmal gucken Und das, ich brauche Licht, ey Es wird ja auch schon wieder dunkel Das Problem ist, Licht, ey Kann ich nur natürlich auch machen, wenn ich Wenn ich das eine Ding weglege hier Katana Willst du eine Waffe haben? Komm mal her Ich habe keine Armut Was ist das denn? Die habe ich gefunden auf dem Wie heißt das? Wo habe ich die gefunden? Irgendwo am Am Strand Was für ein krankes Teil Ja, siehst du mal Zack 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 Was ist das denn? Das brauche ich nicht, ey Was habe ich da für einen Scheiß mit, ey? Ey, dieser Masterfeuer Was für TPA Der ist so hinter uns, Mann I don't know So, ich brauche jetzt mal auf jeden Fall eine Taschenlampe, ey Mann, Mann, Mann Was hast du da hingelegt? Hä? Hast du das alles hingelegt? Ja, dummerweise Ich denke schon, was macht er da? So Jetzt untersuchen wir das nochmal ein bisschen hier Aber hier haben wir schon mal richtig fette, nice Sachen gefunden Good morning Am besten wäre natürlich, wenn wir irgendwie hier ein Bett machen würden Ja, da fehlt mir aber ein Kleidungsstück für Vielleicht finden wir noch ein bisschen Kleidung Good morning in the morning Wir finden bestimmt irgendwie noch ein bisschen Kleidung Wenn wir die Zombies hier noch ein bisschen abschlachten Mir fehlt... Wie viel Kleidung fehlt mir denn? Ähm... Boah Sehr viel Acht Kleidungsstücke fehlen mir Oh, mir nur eine So, da hinten geht es aufs Schiff Da hinten ist ein Spucker Dann gehe ich mal aufs Schiff eben drauf Wo ist hier ein Schiff? Ja, hier vorne direkt Liegt doch hier an Oh, hier ist ein Griechen da Schon wie ein Arschkriecher, oder? Ich traue mich mit dem Gewehr gar nicht zu schießen Ich glaube, das richtig läuft Nee, 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 bloß nicht, ey Das lockst du alle an, dann haben wir Probleme Oh, jetzt zieht ein Jumper, ey Wer ist das offen? Wer hast du das denn geschafft? Ich bin einfach ins Wasser und ist hinterher Nur die Frage ist, wie komme ich jetzt hier raus? Na, das ist natürlich schlecht Hä? Irgendwie wirst du da hochkommen Hier, hier, hier An der Seite, wo ich hier bin Mit dem Licht Okay Epischer Fail So Hab einen Plan Kommt mal Was für Plan hat er denn? Er legt uns um Und klaut uns die Sachen Lass ihn fangen Das ist ein guter Plan Also für ihn jedenfalls Oh, da ist ein Jumper, Junge Ich muss schießen Ja, und schieß Und einen Spucker Oh, der hat mich getroffen, der elende Hund So, jetzt hab ich hier Kleidung hab ich aufgefangen Nice Oh, noch einer Wie viele sind denn da? Treibt doch mal nicht Treibt nicht, ja Oh, hier geht's hoch Moment, guck ich jetzt mal hier Was haben wir hier drin? Nix, 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 nix Gar nix Und hier vorne haben wir Eine Kusche Oh Ein paar Chips Lecker, lecker, Chipsi Chipsi, Chipsi, Chipsi Bitte was? Was für ein Plan Der hat, würde mich mal interessieren Frag ihn noch Mach TPA zudem Brot, nein Ich muss erst mal hier abchillen Ich will gucken hier Was hier abgeht Wenn ich schon mal hier auf dem Schiff bin Dann will ich natürlich auch gucken Was, was hier ist Kannst ja schon mal TPA machen Komme ich gleich nach Hier geht's hoch Sieht man mich auf dem Berg Mit der Taschenlampe? Äh, mach mal an Ist an Nö Seid auf der Distanz nicht Okay Ist ja auch nicht schlecht zu wissen, ne? Ja, ja Siehst du mich denn hier? Ich bin beim Schiff Ich seh deinen Namen Aber sonst nicht dann gar nicht Taschenlampe nicht? Nein Ich bin jetzt bei diesem gelben Gerüst hier Nö Also ich Taschenlampe ausmache Bei mir sehe ich gar nicht Krass Böser, 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 böser Zombie Nochmal Kleidung hat der Die wollen, dass ich hier ein Bett mache, ne? Wenn die mir Kleidung fallen lassen Wow Nein, ein Spucker Nein, und ich geh noch in dieses Haus rein Fick dich, fick dich, fick dich Nein, ich bin tot Verdammt nochmal, ey Ihr seid ja schon weggelaufen Ihr seid so schlau, ey Gibt's doch gar nicht Nein, ich bin ja im Berg Ja, ihr müsst wieder runter Mach die PA Oh Mann, ey Cheap jetzt Hauptsache, was habt ihr für einen scheiß Plan, ey Das gibt's doch gar nicht, ey Ich hab gar keinen Plan Mann, ey, mach mal Licht Komm mit Mann, ey Gibt's doch nicht, ey Du Nackerdai, du Alter Schämst dich gar nicht Nein, Alter Ich bin eher stolz drauf Siehst du, was da unten hängt Ja, nix Das ist ja das Schlimme So, den Jumper Pass auf Musst du killen Ja, musst du killen Mit deiner Waffe Womit denn, womit Womit soll ich das denn machen, Alter Mann, ey Ich musste hier ein bisschen Mein Opfer Ein bisschen Opfern, mich Meinem Leben, ey Da vorne sind meine Sachen Aber da vorne ist auch irgendwo Dieser blöde Jumper Äh, Jumper Der Spucker Husch mal die Waffe raus Oh, jetzt Da kommt links einer Den hau ich so Nice Very good, very good Der lebt ja immer noch, oder was? Nach fünf Schlägen lebt der Wichser noch Alter Knall den ab im Wichser Ich hab keinen Ruhm Nein Oh Mann, ey Endlich, ey So Meine Damen und Herren Verdammt noch mal, ey So, jetzt hab ich eine Taschenlampe Was hat der für einen Plan gehabt? Der ist eh jetzt schon weggelaufen, oder? Ja Mach mal TPA Was will der denn? Was hat er für einen Plan? TPA Masterfire Wo ist er überhaupt? Keine Ahnung Ist schon weggelaufen Komm mal hier, das Auto Oh Hau rein, Alter Ja, komm Gib ein Kommst du mit? Auto? Ja Ich bin TPA hier irgendwo oben Ey, komm mal her, Alter Zu mir Hier ist ein Auto Hast du nicht einen Kanister, oder sowas? Hier Komm hier hin, Alter Wo bist du denn? Auf dem Berg hier in der Mitte Warum denn? Das Es ist Lava und so Was ist das denn hier? Oh, ein Kriecher, Alter Ich bin tot, ey Nee Tot Noch nicht Ich hab ja zum Glück hier X-Tracker Ich hab keine mehr Ich hab keine mehr Ey, wenn ich jetzt draufgehe, Alter Dann platze ich, Alter Ich mach schnell was, Alter Nein, nein Ich hab keinen Bock mehr Du musst auf jeden Fall deine Sachen Du musst deine Sachen einsammeln Deine Sachen einsammeln Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel Ich weiß schon, ob ich da keinen Bock drauf Achso Dreck spielen So C-P-Accept Wofür hab ich denn gerade noch geskillt, Alter Für den Arsch wieder Ja Passiert halt Wo ist denn das Lava-Zeug? Auch hier Cool Nice Boah, hier ist nochmal eine Waffe Leck mich am Arsch So viele Waffen, ey Hier ist voll radioaktiv, ey Tabletten Wow, so viel Lava Was machen die denn hier? Der legt sich mit zu viel Der legt sich mit zu viel Zombies an, der Typ, ey So, guck mal, was alles jetzt wieder weg ist Ein bisschen ist weg, wahrscheinlich, aber Zwei Striche weg Weißt du bei, Alter Ja, Alter Ich hab ne fette Waffe gefunden, Alter Komm her Das Spiel fuckt mich ab, ey Nein, ich kann die nicht mitnehmen Ich geh kaputt, Alter Was dachst du denn? Ich versuch grad Platz zu machen für die Waffe Zack, zack, zack Ja, nice, Alter Wofür schmeiß ich meine Sachen raus? Du bist ja lustig Ja, wenn du die brauchst, kriegst du die Wenn du die willst, kannst du die haben Nee, nimm ruhig Egal Ich könnte natürlich da ein Scharfschützengewehr drauf machen Das wär natürlich, ich glaub Ich glaub, das wär cool Bin mir allerdings nicht sicher, ob das auch so Funktioniert, wie ich mir das vorstelle Der schießt in die Luft, Alter Wir sind, Alter, ich bin voll radioaktiv versorgt, Alter Seh ich grad Ich auch, 10% nur noch Fuck Ich hab 0%, Junge Ich muss hier erstmal ein paar Tomaten essen Lauf, Junge, du bist richtig platt Ja, ich muss die Waffe erstmal mitnehmen Verdammt nochmal, ey Sag dir, komm, wir gehen da hoch Super Jetzt seh ich auch den Totenkopf und das Verstrahlungsding hier Ich verlier Leben wie so ein Schwein, Alter Ich auch Das ist das Blöde Jetzt hab ich die Waffe, aber So ein Scheiß hier, ey Du musst Tabletten schlucken Welche denn? Ja, ich hab hier ein paar Tabletten Ach, verdammt weg hier, ey Voll der Mist hier, ey Wieso wollte der da hin, ey Oh, mein Leben steigt wieder, hä Doch nicht Geht wieder runter Atomgebiet Jetzt ist auch noch Bein kaputt Ich geh kaputt, Alter So Bezüglich hab ich ein paar Tabletten eingesammelt Boah, wie viel Ist das denn die ganze Zeit immer noch verstrahlt? Ich geh kaputt, was soll das, ey Bei mir ist überall Atomzeichen hier Ist weg, ist weg, ist weg Komm mal her Nein Ich hab 0% Komm mal her, ich geb dir das Medizin Dann hast du wieder ein bisschen mehr Und dann ist das weg, das Zeichen Ich bin noch hier vorne Komm her Ich hab zwar nur 25% bekommen Aber kannst du das nehmen Dann ist das Zeichen weg Puh So Mal mal mehr Der Typ, ey Der lockt uns in irgendeine Scheiße rein Gibt's ja gar nicht Ich bin lieber beim Auto geblieben, so eine Scheiße Ja, da war ein richtig nices Auto Nicer Dicer war da Abfall Jetzt sind wir da irgendwo auf einer Handflantage Sieht auf der Karte richtig schlimm aus, ey Gut Dann machen wir hier einen Break, Freunde Und sehen uns in der nächsten Folge von Unturned So k